Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin Sven Jörg und wir schauen uns jetzt gemeinsam mal den Starter Build für den Hexen-Doktor aus Season 11 an. Die gute Nachricht zuerst, es ist sicherlich das beste Starter Set, was der Doktor überhaupt haben kann und zwar handelt es sich hierbei um das Höllenzahn-Harnisch. Das ist das, wo eure Kolosse unter anderem komplett eskalieren, weil der Damage-Boost aus dem Set natürlich absolut genial ist. Was hier natürlich super ist, mit einer kleinen Modifikation können wir da draußen ein Speed Build machen und zwar einen sogenannten Angry Chicken Speed Build. Also wo wir hier als Hühnchen rumlaufen, rumhüpfen und einfach nur bei diversen Elite-Gegner stehen bleiben, uns zurück verwandeln, den Set-Bonus, den Set-Buff praktisch aktivieren, indem wir eben unsere Todes-Wall setzen, wenn wir die gesetzt haben, das läuft glaube ich dann eh so 10 oder 15 Sekunden und währenddessen mit dem Damage-Boost zerlegen unsere Kolosse und andere Begleiter natürlich alles. Also das ist mal ein Bild zum Starten her, wie gewohnt, wir spielen ohne Paragon-Punkte, die haben wir alle rausgenommen und zum Starten her Qual 13 und so weiter ist hier überhaupt kein Problem. Und wenn wir schon bei keinem Problem sind, werfen wir vielleicht gleich nochmal einen Blick auf die Checkliste. Wie sieht es aus? Warmen bis Qual 13 möglich, sobald der Set-Bonus da ist, der regelt das Ganze schon. Vom Gear her mittelschwer das Ganze zu bekommen, im Sinne davon, um dann den Solo 70er-Wurf zu schaffen, was mit dem Set auf jeden Fall möglich ist, das zeige ich euch dann gleich noch, braucht ihr im Idealfall auch einen Heiligen Ernter und den zu bekommen ist ein bisschen schwieriger. Also Setterle kriegen wir so, dann brauchen wir noch den ein oder anderen Ring und deswegen habe ich hier mal das Gear, die Ausrüstung auf mittel bis schwer gesetzt. Also da muss man vielleicht ein bisschen farmen, bis das Ganze kommt. Wie gewohnt, Offhand holt ihr euch bei Kadala, das Set kommt aus der Season-Reise, da müsst ihr die ersten Etappen erfüllen und die Waffe. Da versucht ihr euer Glück mit den Aufwerten von Zeremonienmesser über Kanais-Würfel, um da hier im Idealfall auf den Ernter zu kommen. Denn damit habt ihr dann das Zähigkeitsproblem ein bisschen ausgehebelt. Das macht sich nämlich vor allem mit den Greater Rifts bemerkbar. Also im Hintergrund seht ihr schon in so einem 70er-Wrift, wenn wir natürlich den Ernter aktiv haben, die Armschienen haben, dann kommen wir doch auf einen ganz, ganz guten Zähigkeitswert und das schon komplett ohne die Paragon-Punkte. Wenn ihr noch ein paar Paragon-Punkte dabei habt, sieht die Sache natürlich gleich nochmal anders aus. Ansonsten spielerisch hier, wie gesagt, kein Problem. Also im Endeffekt müssen wir ein bisschen warten, bis unsere Kolosse die richtigen Ziele angreifen. Die Kolosse machen Split-Damage, bedeutet also mit unseren Piranado haben wir die Möglichkeit, ganze Gegnergruppen zusammenzuziehen. Und wenn dann die Kolosse rüberlaufen, die schlagen da mal rein und dann droppt die ganze Gruppe. Also so sind wir dann noch ein bisschen schneller unterwegs, wenn wir uns das zunutze machen, dass wir hier halt die Positionierung der Gegner-Truppen, wenn wir die ein bisschen zusammenkriegen, spart das halt auf jeden Fall enorm viel Zeit. Und hier im Hintergrund sehen wir noch unseren Kampf gegen den 70er Guardian. Also von der Zähigkeit her, da müsst ihr aufpassen, also idealerweise lauft ihr natürlich aus diversen Effekten raus, je nachdem welchen Guardian ihr habt oder gegen welchen Guardian wir hier antreten, ankämpfen müssen. Wir versuchen die Fähigkeit zu dodgen. Ihr seht, wenn ihr euch einmal erwischt, geht schon das Passive an. Wenn ihr euch das zweite Mal erwischt, würdet ihr euch theoretisch ablegen. Wir haben natürlich unseren Geistwandler, damit können wir dann die ein oder andere Fähigkeit dodgen. Klassen, die nehmen wir natürlich an und ansonsten haben wir mehr als genug Zeit. Also der 70er Rift zu Start überhaupt kein Problem und sicherlich mit einer der einfachsten Klassen. Und noch ganz wichtig, es sieht so weit aus, als wäre der Hexen-Doktor auch wieder in der Meta. Also für alle, die nur eine Klasse spielen wollen, die in der Meta ist, kein Problem. Paragon-Punkte, wie schon gesagt, wir haben zwar 1700 oder fast 1800, die wurden hier alle rausgenommen, damit man das auch wirklich als Starter-Set spielen kann und dementsprechend hier auch ein bisschen was testen kann. So, jetzt switchen wir aber mal auf die Talente, damit wir uns ansehen können, was denn hier so ausgerüstet ist. Wir sehen hier mal Todeswahl mit Seance natürlich, um den Set-Bonus zu brocken, um den Set-Bonus auszulösen. Danach haben wir Piranhas mit Piranado, um, wie schon gesagt, diverse Sachen einfach zusammenzuziehen. Den Geistwandler mit Ausflug, um eben Sachen dodgen zu können. Die Zombie-Hunde haben wir dabei, den Koloss mit Gigantoid haben wir dabei. Wir haben aber auch den Ring, was aus einem Koloss drei macht. Das macht einfach einen erheblichen Unterschied und erleichtert das Ganze. Danach passiv haben wir Ritual des Vertrauensgefäßes für den Geist und das einen Leid, sowie bedienungsloser Gehorsam, damit wir das Ganze gut abrunden können. Und für den Speed-Build, wie ihr es schon gesehen habt, mit diesen Verhexen, mit wütendes Hühnchen, das Ganze brauchen wir eben, um das hier gut spielen zu können. Abgerundet mit Mana-Jumas, dann können wir uns hier verwandeln und richtig Gas geben, egal ob jetzt in Bounties oder in den Rifts. So, jetzt aber mal genug rumgelaufen, jetzt schauen wir mal kurz, welche Items wir ansonsten noch brauchen. Mal ganz kurz eben über den Set-Bonus, wie gesagt, das Stutter-Set, das Höllenzahn, hier vor allem das Sechser-Bonus, jedes Mal, wenn wir Todeswahl ziehen, machen diverse Fähigkeiten, mehr Schaden. Wir spielen hier den Koloss-Bild, also mit den Kolosser, da sind wir dann ganz gut am Start, denn das reicht leicht, um damit enorm schnell nach oben zu spielen. Ansonsten, das Mana-Jumas für den Speed-Build, außerhalb des Speed-Builds brauchen wir natürlich Heiliger Ernte, sowie die Armschienen, um das Ganze von der Zähigkeit hier ein bisschen abzurunden, auch einen esoterischen Wandel zu Beginn als legendärer Edelstein, ist hier bei weitem nicht die schlechteste Wahl. Ein Höllenfeuer-Amulett könnte noch dazunehmen, alternativ wäre natürlich auch die Möglichkeit, mit Windrose zu spielen, also mit den Zweier-Kombis, mit dem Grünen, um das Ganze hier nochmal ein bisschen zu boosten. Und Inca-Nice-Würfel, wie ihr es schon gesehen habt, Schmelzofen und die Maske. Das ist ganz wichtig, weil es sich hierbei um ein Bett-Build handelt, und dass ihr die Maske sowie Tascanteo, dass ihr das habt. Also eines angezogen, das andere in Cana-Nice-Würfel, Virum ist komplett egal und natürlich den Prunkring nicht vergessen, damit der 6er-Bonus weiterhin aktiv bleibt. Ja Freunde, somit haben wir die wichtigsten Sachen wie immer. Wenn es Fragen gibt, habt ihr mit in den Kommentaren, checkt den Link. Dort gibt es noch die ein oder andere Info, die ihr vielleicht brauchen könnt. Und ansonsten auf der linken Seite die Playlist für den Hexendoktor. Dort findet ihr andere Builds und auch den besten Build aus der aktuellen Season. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.